Wir haben ein ganz normales Zündholzchen, aber könnt ihr das auch im Moment in die Zündholzschächte nicht in die Zahnern lachen? Sollt ihr zwei Fahrten machen? Wie ihr hier seht, sind hier. Zündholz wieder. Haaa! Denken, hier drücken wir, sind keiner. Denken, wo die Zündholzchen drinnen sind, können wir wieder drücken. Jetzt gehen wir die zwei zusammen. Jetzt muss ich fünfmal dran hopfen. Das ist so. Komm! Ich muss fünfmal dran hopfen. Das ist so. 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 Jetzt panelists mit mir. Findies, wie kann ich mir hier trabajar! Huuui! 처gg Gusk. Hallo, wie ist der? So, jetzt tue ich den Eingestand hier durch den Tisch auf Zugrück, ich habe mal die Zeit. Aber auch gut, jetzt aus der Sauna. Ah ja, wir nehmen gerade den Mondkalender. Jetzt musst du mal kurz zusammenhauen. Weil es sehr schwierig ist, muss man die perfekte Lage auf dem Tisch finden, weil man es durchführen kann. Und wenn man sieht, dass der hier der Tisch, der ist herz und lieb, dass man dann durchführen kann. Jetzt muss man eben auch den richtigen Ort schauen, weil die Materie ist nicht überall, weil die irgendein Ort kommt. Kann man halt eben raus. Also kann man es eben durchdrücken und die irgendein Ort halt eben nicht. Verstehst du? Ja. Jetzt muss auch die ein wenig überall schauen, weil es eben nicht überall gleich ist. ja. Sehr ehrlich. Jetzt müssen wir auch die Tüsche auf dem Tisch noch empfüllen. Gee, die ist ganz gut. Ja. Es wird auch die Tüsche. Ja. Es wird auch die Tüsche auf dem Tisch. Es wird auch die Tüsche auf dem Tisch. Ja. Das ist der ganze Zeit. Das ist ein Schmuck, ein Schmuck! Das ist ein Schmuck! Das ist ein Schmuck, das ist ein Schmuck! Wenn ich das hier noch aufbiske, dann würde ich das Schmuck nehmen! Okay!